Ja hallo, hier ist Christian Hemmschenmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach, heute mal so als Audiomeer. Ja, ich wollte mal ein echt spannendes Thema mal anschauen heute. Ich hoffe, ich kann das so an der Maße in Worte fassen. Geht so um toxische Beziehungsebene, gesunde Beziehungsebene, Energiezentren, die da im Körper aktiviert werden oder nicht aktiviert werden. Wenn du dich da mehr für interessierst, schau mal meine Kurse auf liebeschip.de. Insbesondere gibt es ja auch den neuen Kurs Spiritualität und alles geiles Leben oder die Selbstliebe-Challenge, dem Januar wieder losgeht. Aber ich weise auch immer wieder gern auf meinen Kernkurs hin, Modul 1, um Programmierung des Liebeschips. Wenn man sich ja in diesem toxischen Beziehungssumpf immer wieder wiederfindet, ist eigentlich auch letzten Endes irgendwo, egal auf welcher Seite, im Minuspol, im Pluspol. Ja, da wird man immer wieder mit drei Energien oder Emotionen konfrontiert werden. Und das ist Angst, Wut und auch so eine verrückte Verbindung zur Sexualität. Also wer jemals, das waren ja eigentlich alle, denke ich mal, die es hier hören, also wenn man in diesen toxischen Beziehungen halt war, ist erst mal überhaupt Angst, spielt eine Riesenrolle, diese ganze Angst, also erst mal innerhalb der Beziehung, diese ganze Angst, den anderen zu verlieren, manipuliert zu werden, Unehrlichkeit hintergangen zu werden. Aber auch diese permanente, nagende Angst, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen, nicht klar zu kommen in dieser Welt, ewig abgeschnitten zu sein von schönen Gefühlen, von Geborgenheit, von echter Liebe. Ja, das löst natürlich irrsinnige Ängste aus. Und wenn man sich so ein bisschen mehr für Spiritualität interessiert, oder habe ich ja auch in anderen Videos immer mal kurz anklingen lassen, ist halt dieses ganze Konzept von, ja, 3D nennt man das, ist auch wurscht, aber ist halt diese ganze Energieebene, die eben auf Angst basiert, abgeschnitten sein, getrennt sein, keinen Zugang haben zu seinem höheren Ich, zu intensiveren, ja, zu lichteren Energien, sag ich mal. Und ja, was muss man auch nur einmal in die Nachrichten gucken, sieht man das überall, immer wieder, immer wieder, immer wieder und wo wir uns vielleicht irgendwann mal von verabschieden dürfen, äh, weil, ja, irgendwo es ist, ähm, langsam so ein bisschen out, alles, ne, es ist zwar mega spannend und crazy und man kann, äh, ja, man erfährt halt unheimlich diese sogenannte Dualität, also gut versus böse, ähm, plus versus minus, äh, Licht versus dunkel, also diese ganzen krassen, äh, ja, Unterschiede kann man hier natürlich super erfahren und kann sich da auch sehr gut, äh, sich selbst kennenlernen, durchkämpfen lernen, zu seiner Kraft finden, aber, ja, ist schon, ähm, hartes Feld, aber wem sag ich das, wisst ihr alle, ja. Gut, also Angst ist eine Riesenemotion, aber auch Wut, ne, auch, auch Wut ist irgendwo genauso wie Angst eine Emotion, die einen so in dieser Niederschwingung hält, äh, Wut, Wut auf sich selbst, dass man, weiß ich nicht, eben wieder nicht gut genug ist, Wut aber auf den anderen auch, wieso, wieso macht er dies, wieso macht er das, wieso manipuliert er mich, wieso ist er nicht ehrlich, wieso werde ich, äh, gegaslighted, Future Faking, äh, Schuldumkehr, all die anderen Sachen, warum werde ich so schlecht behandelt, warum werde ich mal wieder versucht, so als Tankstelle zu benutzen, warum, warum dies, warum das, warum jenes, und, ähm, ja, Wut ist auch dieses Gefühl, dass das alles keinen, keinen Sinn hat hier, ne, es ist alles völliges Chaos ist und ich bin dem ausgeliefert, wieso bin ich dem ausgeliefert, ähm, und, ähm, und Wut ist zwar so eine aktive Emotion, aber es ist auch sehr niederschwingend, ich denke oft es genauso niederschwingend wie Angst, also auch das hält einen in dieser toxischen Beziehungsebene, in dieser, in dieser Wut auf den Partner und auf die Narzissten, auf die, auf diese und auf jene und, ähm, so verständlich das ist, oder auch Angst ist total verständlich auch das, hält dich letztlich irgendwo in dieser Ebene, ähm, und der dritte Punkt ist eben Sexualität, beziehungsweise Nicht-Sexualität, also in toxischen Beziehungsstrukturen, auch in diesen Dreiecken, ähm, ja, spielt natürlich Sexualität eine große Rolle, ähm, interessanterweise aber auch genauso Nicht-Sexualität, es gibt eben auch einen großen Teil, da habe ich noch gar nicht so viel drüber gesprochen, glaube ich, toxische Beziehungen, wo eben Sexualität verweigert wird, ähm, nicht geht, nicht, es nicht dazu kommt, äh, was einen völlig kirre macht dann. Also warum hat Sexualität so eine große, warum spielt das so eine große Rolle in diesen toxischen Beziehungen? Das ist natürlich, das ist der einzige Ort, wo, ähm, ja, wo man über diese Verbindung von männlichen und weiblichen, kann es aber auch eine homosexuelle Beziehung sein, spielt jetzt keine Rolle, ähm, eigentlich jetzt auch nicht zwingend mit dem biologischen Geschlecht zusammen, aber egal, also diese Verbindung von männlichen und weiblichen, äh, Energien, darüber kommt man eben ganz kurzfristig in so eine Hörschwingung, man kommt in die Verbundenheit, man bekommt, äh, Zugang wieder zu, äh, ja, höheren Anteilen deines ganzen Körper-Seele-Systems, äh, führt wieder diese Verbundenheit und das ist dann, ja, das ist in diesem ganzen Chaos von Angst und Wut, das ist so eine, so eine, äh, kommt mir vor wie so ein Lichtleuchtturm dann, ähm, ja, das ist dann andererseits wieder leichtes, dass man in so eine, ja, das ist sowas, ich muss sagen, dass man so ein bisschen addicted wird, äh, dazu und es plötzlich eine Riesenrolle spielt, weil es eben außerhalb dieser Sexualität überhaupt keine, äh, Verbindungen gibt, Herzensverbindungen gibt und dann nimmt die äh, die Sexualität plötzlich so eine Riesenrolle ein, beziehungsweise eben diese Nicht-Sexualität, wenn das auch noch verweigert wird und, äh, man dreht sich dann da sehr rum, wobei es, ähm, ja, ähnlich wie, wie Drogen so eine Scheinlösung ist, weil wenn du in so einem Meer von Angst und Wut bist, ja, dann ist dieses Meer das Problem, ne, und nicht, ähm, ja, ähm, ähm, also es ist keine Sache, die man dann nur über Sexualität oder, äh, oder auch über Thrill und Edginess, äh, lösen kann. Man versucht es aber, weil in diesen Momenten erlebt man sich, äh, eben nicht mehr so ohnmächtig, ohnmacht ist ja auch, äh, Emotionen, die sehr stark jetzt mit Angst und Wut verbunden ist, sondern erlebt sich eben mächtiger, äh, dass man mehr, doch mehr gestalten kann, aber es bleibt eben auf wenige Momente beschränkt und ist dann, äh, sehr, ja, frustrierend. Gleichzeitig aber dadurch, dass es sich kurzfristig besser anfühlt, gerät man halt sehr schnell in diesen, ja, fast Liebessuchtartigen Kreislauf und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, diese ganzen Emotionen, die ich jetzt geschildert habe, ja, da steckt man halt tief drin in, ja, könnte jetzt sagen, eine Wertung niedrigen Energien, es ist also nur diese, es gibt ja auch diese Energiezentren im Körper, es ist nur diese niedrigen Chakren, stimuliert werden auf eine nicht so gute Art und auch Medien, Nachrichten, whatever, spielen ja vielleicht nicht so die allerbeste Rolle, auch das hält einen natürlich in Angst, also Angst sowieso, ne, dass alles schief geht und auch in Wut, ne, ständiger Wut, warum macht der das, warum macht dieser jenes, warum macht diese Partei das, warum passiert jenes und, äh, es wird natürlich auch über Medien und jetzt ganze kranke Sexualität, die in Medien stattfindet, äh, ja, klar, kommt auch noch dazu, ähm, also es hält einen, auch das in diesem irrsinnigen Mix, äh, ja, wo man so wahnsinnig schwer ist, rauszukommen. Aber wenn man sich das mal klar macht, kann man auch sehen, dass, ja, welche Rolle man jetzt in diesem Drama einnimmt, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber, wenn man da spielen sowohl Pluspol als auch Minuspol spielt dieses Drama, im Pluspol ist es leichter zu erkennen, ähm, welche Rolle ich spiele, weil, weil das Light häufig viel größer ist, während man im Minuspol eben häufig diese, ähm, auch häufig unbewusst diese, so eine Macht wahrnimmt, äh, die einen dann auch wieder so ein bisschen erhebt, über dieses ganze Chaos, aber, ähm, ja, das ist, natürlich haben wir beide Seiten in uns und, äh, das Problem eben Minuspol ist, dass man das, ähm, ja, weil da manchmal dieser Leidensdruck so ein bisschen oder häufig fehlt, äh, und man vielleicht ein bisschen brauscht ist an, an eigener Macht oder Kontrolle über andere Menschen, ähm, ja, ist das für mich halt schwer zu spüren, ne, was man da macht, dass man da Teil von ist und man sieht vielleicht auch nicht so richtig, warum, warum soll ich das denn jetzt lassen, irgendwie, ähm, ja, wobei es natürlich, äh, genauso wenig gut ist, weil, ja, ich, ich sammle natürlich dann auch wieder, ich meine, irgendwo kommt ja alles, alles, was ich aussende, kommt ja zu mir zurück und wenn ich Menschen, äh, schlecht behandle, anlüge, ja, äh, ja, es ist eben auch nicht, eben, hält mich auch in dieser Ebene und wird dann auch irgendwie dann zufühlen, dass ich irgendwann auch Opfer bin, ne, ähm, aber genauso wenig gut ist es natürlich, wobei, da gibt es keinen Richter, also, ich meine, jeder kann machen, was er will hier, äh, aber vielleicht ist es auch nicht unbedingt hilfreich, von der Opfer an die Täter-Ebene zu gehen, fühlt sich vielleicht besser an, aber, naja, das ist ein anderes Thema nochmal, ähm, genau, wie kann man sich dann jetzt ein bisschen höher schrauben, also, ähm, es geht viel darum festzustellen, dass also diese, dieses Gefühl von abgeschnitten sein, komplett, ähm, auf so eine elendige Weise auf sich allein gestellt zu sein, dass es eigentlich eine Illusion ist und das, was du in dir verfügbar hast, eigentlich viel, 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 viel mehr ist, ähm, und, ähm, ja, und das geht eben über die immer wieder beschriebene Selbstliebe, indem man, ähm, ja, ganz langsam anfängt, eben sozusagen nicht mehr im Außen zu schauen, was macht mir da Angst, was macht mich wütend, äh, und, und was auch immer, was macht mich mächtig, ohnmächtig, sondern, dass man, ähm, ja, so ganz langsam wieder versucht, äh, ja, dieses Lenkrad vor sich zu sehen, dass man durchaus, dass es ein Lenkrad gibt in meinem Lebensauto, was ich, was mir vielleicht noch gar nicht wahrgenommen habe, ne, in meiner ganzen Ohnmacht, und Selbstliebe ist eben dieser Prozess so ganz langsam wieder zu sehen, aha, da ist irgendwie was, äh, ich habe mehr Macht über mein Leben, als ich denke, ähm, ich kann, ich habe eine Macht, bestimmte Wahlen zu treffen, die eben sich, ähm, ja, wo ich vielleicht, sie ist vielleicht kurzfristig schwierig anfühlen, aber die langfristig, äh, zu bestimmten Ergebnissen führen, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht, habe ich in anderen Videos gemacht, oder in meinen Kursen auf die ganzen Aspekte eingehen, von Selbstliebe, aber das ist halt diese Arbeit mit meinem inneren Kind, äh, Gedankenstrukturen, ähm, wegbleiben von Toxen, ähm, als geiles Leben, also diese ganzen Geschichten, die so ganz langsam anzuschieben und damit, äh, eben ganz langsam, äh, ja, ja, die Schwingung in seinem System zu erhöhen, was es nicht heißt, dass das, ähm, so sofort aufhört jetzt mit diesen ganzen gruseligen Emotionen, aber sie doch weniger Grip bekommen auf einem, dass es mehr gute Tage gibt, ähm, und, ähm, ja, auch wenn man das jetzt gar nicht bewusst merkt, man so ganz langsam eben auch diese höheren Energiezentren, insbesondere wichtig, äh, ist da halt dieses Herz, äh, dieses Herzenergiezentrum, das ganz langsam wieder öffnet, ähm, und auch wichtig ist eben auch, ähm, dieses Chakra da drüber, das Halschakra, äh, was eben dafür zuständig ist, irgendwie, ja, zu kommunizieren, seine Sprache wiederzufinden, für sich einzustehen, zu sagen, was man will, was man nicht will, äh, seine Stimme wieder zu erheben in der Welt, also das, ähm, ja, adressiert man so ganz langsam wieder und, äh, spürt dann so ganz langsam, ah, da sind ja auch Energiequellen in mir, also, da sind ja auch Sachen, die durch mich durchfließen, ohne andere Menschen, ähm, da kommt man vielleicht in so eine, wieder mehr in Gefühle von Dankbarkeit rein, das, das erhöht dann wieder die Schwingung, ähm, ich merke vielleicht, boah, wenn ich in einer höheren Schwingung ist, dann fällt es mir viel leichter, Dinge in mein Leben zu ziehen, also, bei vielen ist der Weg ja so, kann ich mal unbedingt, dass sie jetzt gleich den Traumpartner finden, aber, dass sich Dinge im, dass die Jobsituation sich verbessert, die Wohnsituation, äh, Freundesituation sich verändert, ähm, also durch diese Zugang zu höheren Gefühlen, wie zum Beispiel, ähm, Selbstliebe, Dankbarkeit, Zufriedenheit, ähm, Zuversicht, Vertrauen, ähm, ja, komme ich eben in andere Energieschwingungen rein und ziehe auch das dann aus diesem ganzen Menü, was das Leben ja ist, ne, ist ein riesen Menü, was wo man, äh, halt manchmal die falschen Wahlen trifft, aber es ermöglicht mir dann aus diesem Menü auch wiederum andere Sachen in so einem ganz langsamen, vielleicht auch manchmal nicht so langsamen Prozess, ähm, herauszuziehen und dann, ähm, ich verweise auch nochmal auf mein Video toxische Beziehungsebene verlassen, kann ich so ganz langsam sehen, ja, also ich bleib, also wenn ich aus dieser Ebene raus will, muss ich eben diese Opferebene verlassen, dass ich mich so ewig als Opfer sehe, aber auch, ähm, muss unter Umständen Täteranteile in mir anschauen und auch vielleicht langsam, äh, lernen loszulassen und sehe vielleicht auch, dass, äh, auch die Leute, die ich vielleicht als, äh, Täter gesehen habe, ah, dass auch die nur irgendwo ihre Rolle spielen, die ihnen halt möglich ist, beziehungsweise unter Umständen eben auch auf eine schräge Art eine Rolle gespielt haben, die vielleicht sogar, ja, mich dazu geführt hat, dass ich in meiner Entwicklung sogar weitergekommen bin, also letztlich vielleicht sogar einen guten Aspekt hatte, ich weiß, dass es immer wahnsinnig schwer, immer da drin steckt, das zu sehen, aber, ähm, es ermöglicht eben auch eben nicht immer wieder in diese Wut zu gehen, sondern auch zu sagen, ja, okay, ich kann sehen, dass, ja, es war schmerzhaft, es war blöd, ähm, ähm, aber, ähm, ja, es hat mich weitergebracht, es hat mich meine Kraft gebracht, trotzdem anerkennend, dass man das, äh, natürlich nicht, ähm, wiederhaben will, immer wieder das Gleiche haben will, dass man weiterkommen will, ähm, ja, und man kann, kommt halt so ganz langsam über diesen Nebel raus und kann so ein bisschen sehen, dieses crazy Spiel, was da abläuft, was auch, ähm, ja, nicht die Ausnahme ist, sag ich mal, ne, sondern, äh, fast die, ja, also fast die Mehrzahl, denke ich, der Menschen, denke ich, mittlerweile, ähm, betrifft, ähm, und, ja, kann so langsam, ganz langsam schnuppern oder auch mit Meditation oder, äh, ja, den anderen Tools, die ich da auch immer in meinem Kurs nenne, den spirituellen Kurs, aber auch, ist es eigentlich, eigentlich ist es in allen Kursen drin, ähm, ja, mit diesen Tools eben langsam höher zu schwingen und, ähm, ja, Zugang zu haben zu, ja, besseren Wahlen, sowohl was Partnerschaft angeht, als auch, was, ähm, ja, dein Leben insgesamt angeht und, was ich auch sehr schön finde, man kommt dann auch irgendwo, also, ich will jetzt nicht sagen, dass man das vergisst oder, äh, ist vielleicht bei so einer Gefahr, dass man doch wieder anfängt, Menschen zu schnell, in Anführungsstrichen, zu verzeihen und wieder Möglichkeiten zu geben, äh, dass die einen, weiß nicht, wieder manipulieren wollen oder wieder einem schaden wollen, also, zu diesem Prozess gehört schon auch anzuerkennen, dass, ja, andere Menschen vielleicht eben nicht diesen Weg gehen, nicht, nicht sich da rauswinden wollen und, äh, zu so einem Prozess gehört eben auch anzuerkennen, ja, ich kann den anderen nicht retten, also, wenn der Partou jetzt noch irgendwie x Runden drehen will und auf dieser toxischen Beziehung sehen, das ist nichts, ähm, ja, nichts, was ich, äh, was ich machen kann, so, ne, das ist, äh, letztlich, man kann immer nur sich selber am Schopf rausziehen und wenn man einmal die Wahl getroffen hat, ja, ich möchte mich da jetzt rausziehen, dann, ähm, ja, dann kann man auch profitieren von, von Therapie oder sonst was, ne, aber wenn man denkt, nee, es hat alles nichts mit mir zu tun und, äh, ja, und mit mir ist alles fein und ich mache gar nichts und, äh, ja, dann muss man sich vielleicht, äh, oder will man sich vielleicht noch weiter berauschen an diesen, äh, Macht-Ohn-Macht-Spielchen und, ja, hat man noch nicht genau die Schnauze voll davon, aber da kannst du, jemand anders, kannst du da letztlich nicht von abbringen, so, ne, also, ist wirklich wichtig, da, ähm, also, also, egoistisch ist eigentlich nicht in Selbstliebe und in die eigene Rettung zu investieren, also, egoistisch ist eigentlich äh, weiter auf dieser, weil das alles, was ich jetzt beschrieben habe, ähm, in dieser toxischen Beziehung sehen, das ist eigentlich Ego da, weiter mitzumischen, auch mit so einem verrückten, äh, Rettungsding, gerne retten zu wollen, äh, das ist auch Teil davon, ne, und das ist eigentlich, das ist eigentlich egoistisch, ne, das ist eigentlich Ego, das ist, ähm, weiter, diese Schmerzkörper-Ego eben, äh, ja, bedienen zu wollen, ähm, das ist eigentlich, ja, Ego, ne, aber sich selber da rausziehen wollen, zu versuchen, äh, es gibt immer das schöne Bild im Flugzeug, wenn die, wenn die Sauerstoffmasken da rausfallen, dass man erstmal sich selber eine aufsetzt, irgendwie, weil wie soll man anderen helfen, wenn man selber, äh, keinen, keinen Zugang hat zu Sauerstoff, das geht nicht, ne, das geht nicht. Ja, gut, hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch, ähm, ähm, ich hatte den Impuls, das einfach mal zu machen, so ein Video oder Audio, und, ja, wünsche euch weiter spannende, äh, Jahresendzeit und wir werden uns bald wieder hören und wiedersehen. und wir werden uns bald wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.